Florian Silbereisen Sarah Hentschel, ihre große Liebeslüge ist aufgeflogen. Die Liebeslüge von Florian Silbereisen und Sarah Hentschel ist endgültig aufgeflogen. Jetzt können sie niemandem mehr etwas vormachen. Sie lächelt ihn glücklich an. Er legt den Arm um ihre Schultern, lehnt sich an sie. Traumschiffkapitän Florian Silbereisen fährt endlich wieder auf Kursliebe. Seine erste Offizierin ins Glück ist Sarah Hentschel. Sie geht seit Monaten bei ihm ein und aus, ist sogar in seinem neuen Haus mit Blick auf den Mondsee, Salzkammergut, gemeldet. Doch offiziell zueinander bekannt hatten die beiden sich nie. Im Gegenteil. Florian hat alles getan, um von der attraktiven ehemaligen Hotelangestellten abzulenken. Doch nun ist Schluss mit den Liebeslügen. Die beiden sollen sogar, das berichten enge Freunde, schon seit 2021 ein Paar sein. Schluss mit der Liebeslüge. Erinnern wir uns mal an seine weiblichen Ablenkungsmanöver. Was hat Florian uns alles vorgemacht? Erst vor ein paar Tagen heizte Sängerin Beatrice Egli die Gerüchte mal wieder so richtig an. Und er machte mit. Die zwei singen sogar ein Duett zusammen, das wissen nur wir, damit befeuern sie die nie verstummenden Spekulationen um eine Affäre richtig. Dazu zeigten sie ein bisschen Gekuschel hier, ein paar Küsschen da, doch es war am Ende nichts als heiße Luft. Spaß hatte der Moderator offensichtlich auch mit Sängerin Michelle. Sie soll ihn nicht nur nach der Trennung seiner großen Liebe Helene Fischer getröstet haben. In einer handgeschriebenen Karte offenbarte der Entertainer seine tiefen Gefühle für die Rivalen seiner Ex. Er nennt sie mein Engel, spricht davon, dass er keine Sekunde missen möchte, die wir verbracht haben. Er malte sogar noch ein Kunstwerk, das ihn und sie mit ihren Kindern und Hund beim Familienpicknick zeigt. Sie haben, keine Frage, offensichtlich eine tiefe emotionale Verbindung. Aber eine Liebe mit Zukunft? War auch das nicht. Folgt bald die große Hochzeit mit Sarah? Natürlich darf auch Florians langjährige Freundin Helene nicht unerwähnt bleiben, die er mit Tränen in den Augen in seinen Schlagerschuss anschmachtete. Vor laufenden Kameras erwähnte er sogar heimliche Treffen am Ammersee. Alles Täuschungen. Denn heimlich, still und leise küsste er Sarah. Die er liebt, weil sie so bodenständig und patent ist. Zuhause auf ihn wartet, wenn er von Traumschiff-Dreharbeiten oder großen TV-Shoes kommt. Und die sich sogar liebevoll um seine sich von einem Schlaganfall erholende Mutter Helga kümmert. Mama Silbereisen soll Sarahs größter Feen sein, die ganze Familie hat sie angeblich ins Herz geschlossen. Sarah drängt sich nicht neben Florian ins Rampenlicht, hält sich immer dezent zurück. Kollegen aus der Schlagerbranche sind sich sicher, Sarah und Florian fahren bald sogar in den Hafen der Ehe. Schiffbruch erleiden werden die beiden nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017